Hallo Leute, jetzt kommt es in einem neuen Video, mit dabei ist Vince. Moin! Ja, ich muss erst mal wieder einspielen, Alter. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Chill, chill, chill. Schau mal den an. Der kommt, der kommt, der kommt. Nice, Achtung hinaus! Tod? Ja. Oh. So gut. Ach, schade. Du? Echt mega, guter Block, äh, Block, äh, safe gewesen. Von Hinti, oder? Ah nein, das ist ein Team! Das Problem ist, ich hab keine Cockroofs. Wollt grad sagen. Könnt ihr aber bekommen. Ähm, wo ist da drüben die? Ah, die möchte ich eigentlich nicht allein falten. Profil, die ihr Typen. Also, äh, nochmal, äh, zum Info, ähm, ich hab mich jetzt unbeschieden, äh, jeden Tag Videobuch zu laden, wenn ich weg bin. Also, ich werd das dann geplant machen, also, auch geplant umstellen. Also, äh, er wird dann ab dem Zeitpunkt veröffentlicht, was ich eingestellt hab. Der läuft in seine eigene Lava. Ähm. Oh. Oh. Wom, schlucken die so viel? Machen die? Jawoll. Einhalb Herzen. Der andere Band hat noch. Und der andere, den den Phil gesteilt. Der kommt so auf sich zu. Oh, nein! Das wär eh egal. Ich hätte eh nicht mehr gewonnen. Ja, ähm. Dann auf ein neues. Quori. Und ich werd jetzt nicht so viel schneiden und so, sondern einfach die unnötigen, äh, also, wo ich kurz aus, äh, in der Lobby bin. Ähm, ich hab grad meine Pearl einfach auf den Boden geworfen. Ach, super. Also, es wird jetzt nicht so viel Schneideaufwand geben. Ich hätte mir jetzt grad echt ein Diaschwert machen können. Äh. Und dann niemand in der Mitte. Wenn du, äh, soll ich für dich auch ein Diaschwert machen? Nö, nö, ich hab schon. Ich mach trotzdem mal zwei Stück. Wieso? Keine Ahnung. Also, die Mitte war lecker. Muss ich wirklich sagen. Komm mal her. Hier. Und hier. 26 Dias. 26. Ja. Brauch halt nur noch ne. Für die, ja, perfekt. Jawoll. Oh, 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 oh. Ja, klar. Ich hab grad gedacht, bevor ich esse. Okay. Ich würd eigentlich gern die ausschalten. ich guck dass die andere nicht kommen ich hab das mit absicht so gemacht ja ja der wartet bis wir rüber kranken es ist jetzt kritisch wir gehen mal wieder hoch guck dass die anderen nicht kommen ja okay das hat kein schwert hat eine hat nur golddings was willst du was willst du mit einem rumgesteaket was willst du habt den anderen können ich jetzt gleich sie kommen lassen kommen wir haben die bessere position das haben wir eigentlich so gut wie der tasche wenn es keine unnötig steht bleibt einfach da ja bleib da bleib da bleib da bleib da bleib da wollte man noch was sicherlich stebe noch so habe ich achtung achtung der wird seiner scheiß angel alter du musst wenn das schreck alles nur zurück ich schaue die kiste so jawohl der streck ab dem hebel aus dem kopf kopf oder haste ich hab ich hab das schaffen wir warte oh nein der trinkt krank mann digga diese scheiß kisten können wir lieber abdecken jaja jajaja da gab immer wichtige beide auf mich kommt ihr dich helfen wie der kaka der gar kein david kassiert was ja ein halbes ja ist so lächerlich lächerlich weil das wasser glänzt das wollte ich nicht zu dir kommt ein herz ich hätte also drauf ja geil dann werde ich sagen das war's auf dem video freut euch auf nächstes video auf drei leute ciao